Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt ist die Zeit, wo man es sich draussen wieder so richtig gemütlich machen kann. Und alles, was man dazu braucht, gibt es jetzt bei Coop. Schöne, stabile Campingsessel, Liegebette, Grill, Kühlboxen und noch vieles mehr zu erstaunlich günstigen Preisen. Richtig wohl sollte es einem natürlich auch sein in der Freizeitkleidung. Darum gibt es jetzt bei Coop die glatten T-Shirts zu Schlagerpreisen. Für Erwachsene, aber auch für Kinder. Für den Durst hat Coop ebenfalls gut vorgesorgt mit der Grossaktion mit diesen Erfrischungsgetränken. Schauen Sie auf Plakate an der Coop-Show-Fester. Und ich habe hier noch eine Neuigkeit für alle Fruchtsaft-Liebhaber. Coop hat für Fruchtsaft neue, handliche Packungen gemacht. Das Aufmachen ist ganz einfach. Den Gibel bei diesen Pfeilen aufreissen. Die Kante ganz hinterfalten. Dann von aussen zusammentrücken. Und gleichzeitig nach vorne ziehen. Und schon können Sie leicht und sauber einschenken. Und hopp, ist die Packung wieder zu. Jetzt aber Achtung, wir kommen zum 10'000 Franken Wettbewerb. Welcher Buchstabe fehlt im Markennamen von diesen Coop-Fruchtsaft in diesen handlichen Packungen? Schreiben Sie den vollständigen Markennamen auf eine Postkarte und schicken Sie diese an das Coop Mittwochstudio, Postfach 4091 Basel. Einsendeschluss ist der 26 Juni. Und vergessen Sie die Aktionen nicht, die Sie jetzt gerade sehen. Auf Wiedersehen. Bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Es gibt wondere die Pontkonferen nach. Bis zum nächsten Mal. ich will grab otro Mal. Du kannst